hallo und herzlich willkommen zurück bei resident evil biohazard ja sind einige jahre vergangen gefühlt ich habe jetzt echt ewig gespielt bestimmten dreiviertel jahr ist bestimmt ja lass mal zu der ding ich muss erstmal wieder reinkommen ich habe keine ahnung mehr ich habe keine ahnung was haben wir denn alles konnten wir noch irgendwas machen weiß ich nicht mehr ich habe keine ahnung ich muss erstmal wieder reinkommen ich weiß nichts mehr ich weiß wir waren im keller und wir waren da haben wir da alles geholt ich weiß nichts mehr ich muss mich mal anders hinsetzen weil sonst kippe ich hier vom stuhl ja ich hab ja schon wieder das bock hier wir gehen mal in den keller wir haben keller schlüssel hier schlüssel für zerlegungsraum und wir haben einen skorpion schlüssel wir haben zweimal heilung ist nicht so viel wir haben die schrott shotgun und wir haben die knarre mit ein drei ne ein 40 schuss 41 schuss alle ne 31 ne 41 10 gesinnen geladen und 31 habe ich noch das ist okay das war das könnte interessant werden es weiß noch nicht wissen das verlegungsraum karte krematorium ich kann doch hier wg krematorium werkstatt wo man da schon drin da ist der schlüssel eingangshalle ach das ist noch ganz dahinten okay wir sind jetzt nur hier okay wo ist das s für schrank oder was s für schrank zerlegungsraum ist da die kommentin da sind wir überhaupt ich muss erstmal wieder reinkommen tut mir echt leid auf kommen hier runter dann sind wir hier das heißt wir müssten rechts rechts und dann noch mal rechts und dann sind wir die treffe runden und dann kommen wir hier rein hier waren wir noch gar nichts nirgends werkstatt waren auch noch nicht nicht in der werkstatt für die werkstatt müsste ich einfach nur rechts durch die tür dann durch die zweite tür also hier vorne durch eine rechts durch die tür und dann links geradeaus durch bis zur werkstätte aber da komme ich glaube ich nicht durch das ist eine andere tür ne wenn wir shift ich habe übrigens die mausempfindlichkeit mir ein bisschen hochgestellt war mir ein bisschen niedrig ich habe schon wieder gar keinen bock ich kann nicht crouchen so crouch ich hier ist die werkstatt komme ich da rein an der anderen seite verschlossen toll aber da komme ich auch nirgendwo rein ne also ich muss jetzt auf meinen kopf hören leise machen das ist so laut jetzt ist euch nichts mehr scheiße müssen dadurch ne da war gar nicht drin und dann hee 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 am arsch aber am arsch am arsch sag ich Okay, da durch und dann rechts und dann nach unten Ich gucke mal, ob wir hier nicht irgendwas dann nicht vergessen Das wäre nämlich extrem ärgerlich Ich brauche den Schlangenschlüssel Fick doch die Hölle Entschuldigung Ich brauche den Dreckschlangenschlüssel Ach, Fick doch die Hölle Wo ist der denn jetzt? Flinkmutation Oh, oh, oh Geil Das ist nix Jetzt müssen wir echt da unten rein in den Biolair Was? Boilerraum, Alter Ich kann hier Alter Nee, ne? Nee, einfach nee Gar kein Bock drauf, gerade Weiß mir, der Vater als Gegner echt lieber Weil dem kannst du ausweichen Die hier, die musst du killen Weil die dir dermaßen auf den Sack gehen Da kommt doch bestimmt gleich irgendwo einer Der kackt doch hier gleich irgendwo raus Da Safe, Digga Wo muss ich hin? Treppe runter Treppe rauf Da vorne Treppe rauf Und dann rein in den Biolairraum Ja Ich komm da nicht durch Oh mein Gott Das sind zwei Fickt euch doch Fickt euch doch Ich komm da瑕 ich höre das schon wieder so ein lunch steh dir direkt um die ecke, du Hure kann doch nicht sein, den habe ich getroffen sag mal was schluckt die denn, Alter boah, ist doch nicht normal, Alter ich habe gleich meine ganze Muni verballert da kommt der nächste fix dich, Alter ja, komm, bring mich um, Alter WTF willst du mich verarschen, Alter Kopf gib mir den Tab, den habe ich nicht gelesen, Mann da kann ich die ganze Kacke nochmal laufen, Alter jo, was geht ab, Digga ich muss hier mal durch hello my friends was ist eigentlich hier drin ach, hier muss ich rein ach, das war auf der anderen Seite ich lauf dann mal ich hab heute kein Sport gemacht lass mich mal hier runter gehen da liegt die Flinten-Munni ich habe ein Pharmacab, Kiko so, das Ding ist halt jetzt kommt einer von da und einer kommt von da ich kann die aber auch nicht umlaufen ach, Klappe ich muss von dem Boilerraum komme ich in den Zerlegungsraum auch da unten irgendwie so keine Ahnung ich kann die aber auch nicht umrennen, Alter das sind einfach vier Stück weil die mich verkackeiern, ey hier und Ficknülle. Pssst. Was ist Mulde unten? Ich kann doch hier nichts hören, Alter. Sobald ich das nehme, ist der gepriggert, okay. Boom, Junge! Zerstört, Digger! Bist du dich splott gemacht, ey! Ich schwörl an. Ich kann ja eigentlich Türen aufmachen. Komm mal her! Ey! Ey, du Süße! Du geiles Stück! Matsch! Wär geil, wenn ich den von hier aus... Kann ich mich lehnen? Nein, ne? Alles klar. Nee, keine Lust, Heine. Pfff! Hä? Ich bin verwirrt. Oh, okay. Wo geht er rum? Komm mal! Boah, du Stück elender Tothauken! Sag mal, was frisst der denn, Alter? Oh, ja, noch so einer. Wollt die mich verkack-eiern, Alter? Seid euer Ernst? Ich schau mich hier erstmal rum. Gibt's hier überhaupt noch was? Schock zum... Oh! Schlechte Idee. Geh mal hier durch. Nimm doch den Schlüssel! Geh doch da durch. Ne, da ist der Polizist. Guck ich hier wieder raus? Ja. Starke flüssige Chemikale. Kann mir da noch... Nein! Hä, ich hab doch ein Kraut, will ihr mich verarschen? Ah, okay. Ja, wie viel Schiss haben wir noch? Zehn Stück. Ja, wow. Da kommen wir ja echt weit, ne? Jetzt passiert auch gleich irgendwas, wenn ich den Hallo-Kopf nehme. Na, ich sollte ihr Vater sein. Okay. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein, 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 nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du mein Freund. Lass mir helfen. Lass mir, ich bin echt unzufrieden. Ich überlege gerade echt, ob ich die irgendwie... Weiß ich nicht. Hier reingehe. Zerfallen die. Wir machen das nochmal neu. Alter, das sind 40 Schuss. Kann ich nicht... Nee, geht nicht. Nee, sorry, Alter. Nee. Das geht einfach nicht. Das, das, äh, nee. Äh, das, äh, nee. So, einmal hier durch. Boom. Lass mich durch. So, einmal hier runter. Ja, guten Morgen. Ich einmal hier. Muni. Und einmal hier. Ich kann ja auch einfach mal... ...bei den lustigen... ...Kackfischern die Schrotflinte ausprobieren. ...habe ich eigentlich... ...voll vergessen. Ne? Ne, habe ich echt vergessen, dass ich das Ding eigentlich noch benutzen kann, ne? Pam. 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 Puh. Ach. Okay. Der wird getriggert, egal ob ich das... ...die flüssige Chemikalie nehme oder nicht. Boom, Digga! ...mhm, komm. Es kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja, komm, ähm, ja. Als ob! Never! Ich habe dem Headshot gegeben, Alter. Normal, die ganze Scheiße, ne? Also, die... ...die sind schon gar nicht mehr gruselig. Die sind einfach nur noch nervig. Wo du dir denkst, Alter. Muss das sein? Lass mich hier durch. Nimm. 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 Wie lange heben die denn eigentlich nochmal? Tick. Tick. Kuck. 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 Puck. Kuck. Kuck. Puck. Du Hände, Alter! Nee... Drecksspiel, Alter! Warum spiele ich den Müll eigentlich? Alter, kraul mir doch die Nüsse, du fatzenlecker, Alter. Mann, ey. Geht mich grad richtig hart auf die Eier. Geht mich, Alter. Jetzt Gas. Nein, kann ich nicht nehmen. Oh mein Gott. Ja, jetzt aber noch lebt, Digga. Aber jetzt nicht mehr, Alter. Ach so, natürlich. Ja, nimm halt. Das ist der Nächste, komm. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Was frisst der denn? Will der mich verarschen, Alter? Hä? Als ob hier. Ich jag dem zweimal Schrot in den Schädel. Ich jag dem Sch... Never, Digga, Alter. Dieses Spiel ist doch sowas für ein Arsch. Hurengame, Alter. Hurengame. Fick doch dieses Dreckspiel, Alter. Fick doch dieses Dreckspiel. Boah, ich bin gerade echt sauer, Alter. Ich bin gerade echt richtig sauer. Bihau. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017